Martin, du kennst dich doch mit Computern aus. Welches Handy soll ich mir kaufen? Das werde ich oft gefragt und die Antwort da ist meistens Apple, weil ich Fanboy bin. Aber die Antwort ist auch auf keinen Fall eines von einem Hersteller, die den Unterschied zwischen Verschlüsselung und Encodierung nicht kennen. Und Xiaomi, wie wir jetzt wissen, ist so einer. Die Hacks der Woche mit Martin Haunschmid. Herzlich willkommen zu den Hacks der Woche. Wenn man sich den Smartphone-Markt so ansieht, hat man auf der einen Seite sehr hochpreisige Devices wie das Apple iPhone, auf der anderen Seite sehr günstige Geräte wie zum Beispiel von Xiaomi, dem viertgrößten Handyhersteller. Da fragt man sich, ist Apple nur so überteuert oder gibt es einen Grund, warum die anderen Geräte so günstig sind? Und erst wissen wir, zumindest bei Xiaomi, warum diese Geräte hier zu einem Kampfpreis auf den Markt geworfen werden. Und dieser Grund ist, ihr werdet überwacht. Genauer gesagt geht es um den Mi-Browser und den Mint-Browser, die beide alle eure Eingaben an den Hersteller schicken. Und zwar auch, wenn die im Inkognito-Modus getätigt werden. Dass der Inkognito-Modus eigentlich weniger bringt, als man vermuten würde, dazu bin ich mal für den Magenta-Blog interviewt worden. Link findet ihr in der Description. Xiaomi sagt, das ist alles verschlüsselt und das sind nur statistische Daten. In Wirklichkeit lässt sich alles auf euer Gerät zurückführen. Es werden nämlich vorher auch andere Metadaten übertragen, womit das Ganze nicht mehr anonym ist. Aber nicht nur ist das Ganze nicht anonym, sondern das ist auch nicht verschlüsselt. Es gibt einen kleinen, okay eigentlich nicht so kleinen Unterschied zwischen Verschlüsselung und Encodierung. Bei der Verschlüsselung braucht das Gegenüber, vereinfacht gesagt, einen Schlüssel, um die Botschaft überhaupt lesen zu können. Bei der Encodierung muss man nur wissen, welches Encoding das ist und jeder kann das entschlüsseln. Ich zeige euch, wie einfach das ist. Ich habe hier einen Text, der ist Base64 encodiert und ich muss nur mit Base64-D das Ganze encodieren und wir wissen, was der Text war. Base64 ist sehr bekannt und es wurde auch in diesem Fall bei Xiaomi verwendet. Du kannst vielleicht nicht nachvollziehen, warum ich das so absurd finde, aber Base64 als irgendeine Art von Verschlüsselung anzupreisen, das ist... Aber ja, anscheinend hat man natürlich der Verwendung zugestimmt, als man das Ding gekauft hat, beziehungsweise den Browser installiert hat. Insofern, hm. Dann zum Firewall-Hersteller Sofas. Die hatten eine SQL-Injection in ihrer Firewall. Ihr könnt euch erinnern, vielleicht, das hatten wir vor ein, zwei Wochen bei einem Online-Spiel für Kinder. Und jetzt ist dieselbe Sicherheitslücke in der Software eines Firewall-Herstellers aufgetaucht. Und die wurde auch schon in freier Wildbahn ausgenutzt. Und zwar, um sozusagen sich ein Bild der internen Infrastruktur des Unternehmens zu machen. Also hauptsächlich zu Aufklärungszwecken. Das war auch schon alles, was wir zu diesem Thema wissen. Es wurden keine weiteren Infos zur Sicherheitslücke veröffentlicht. Das heißt für mich, entweder würden da internes Preis gegeben werden und man hält es lieber geheim. Oder das Ganze ist so peinlich, dass man sich den Ruf ruinieren würde. Dann, es war nur eine Frage der Zeit, bis auch andere Videokonferenzsoftwares außer Zoom ihre Aufmerksamkeit kriegen und dementsprechend auch ihre Sicherheitslücke. So passiert bei Microsoft Teams. Das Research-Team von CyberArk hat es geschafft, mit einem GIF die gesamte Microsoft Teams-Infrastruktur übernehmen zu können. Dazu braucht man aber zuerst einmal einen Account. Und diese Sicherheitslücke ist natürlich auch schon gefixt worden. Insofern keine Angst. Dann zu guter Letzt, der indonesische Online-Shop Tokopedia ist gehackt worden. 91 Millionen User hat der und es wurden 15 Millionen davon zum Verkauf angeboten. Und zwar um die stolze Summe von 2 Euro. Jetzt stehen alle Accounts zum Verkauf um den Preis von 5.000 Dollar. Und es ist auch schon mehrmals gekauft worden. Und die Angreifer beginnen jetzt, die im League enthaltenen Passwörter zu entschlüsseln. Mein Beileid geht jetzt schon an alle Personen, die in diesem Shop ein schwaches Passwort verwendet haben, das sie auch irgendwo anders verwenden. Das ist eine typische Vorgehensweise. Jedes entschlüsselte Passwort in so einem League wird einfach eins zu eins an anderen Plattformen durchprobiert. Das nennt sich Credential Stuffing und da wird einiges passieren in Zukunft. Das war's für heute. Mich würde noch eins interessieren, was hältst du von der Xiaomi-Geschichte? Hast du selbst vielleicht so ein Device? Würde mich interessieren, bitte einfach unten kommentieren. Die Hacks der Woche gibt es auch auf YouTube. Martin Haunschmidt heißt der Channel. Da würde ich mich über ein Subscribe freuen. Dann bleibt mir eigentlich nichts anderes übrig, außer euch eine schöne Woche zu wünschen. Bis zum nächsten Mal. inde Untertitelung des ZDF, 2020